So Leute, willkommen zu einer Runde Bad Wars. Heute spielen wir die Map Foodfight von Multidoodlesack. Ja. Die hässlichste Map, aber eine süße Map. Ja. Ähm, ja, also hier ist ein Hamburger, der hässlich ist, und ein Kuchen, der hässlich ist. Aber die Map ist süß immer noch. Ja. Äh, ich hab extra gestartet, wir sind jetzt nur um zwei Teams, das heißt ich und Multi. Und, äh, Multi will was Besonderes machen, nämlich das Bett beschützen. Stimmt das? Ja. Ja. Und, äh, ja, es wird jetzt hier was umgesetzt, worüber sich sehr, was sich sehr viel gewünscht haben. Nämlich, das ist eine Map, hier spawnt nur Bronze in der Base. Und dort spawst Simba in den Cupcakes und Kuchen Gold. Das heißt, ihr müsst euch den Rest, ja, selber holen. Ja. Okay. Ähm. Ja. I have two fingers. Äh, so. Dann, äh, baue ich mich mal direkt in die Mitte rüber, während Multi das Bett beschützen wird. Ja. Aber ich hab zwei Kuchen gekauft, die kannst du haben. Ja. Äh, ja, die Map gibt es jetzt zu spielen, dafür wurde eine Map entfernt, nämlich Nether Defense. Die war die prozentual am wenigst gespielte Map. Ähm, mit Abstand. Es gab schon allein die, danach die Map, wurde schon doppelt so viel gespielt am Tag. Also da, ja, Nether Defense war sehr unbeliebt. Äh, ich fand die am Anfang recht schön, aber so gut war es auch nicht. Nether Wars finde ich da wiederum besser, wird auch mehr gespielt. Ja, deswegen kommt jetzt Foodfight. Und, ja, soll ich mich erstmal zum Silbercupcake bauen oder zum Gold? Auch, was du leckerer findest. Oh, also ich find dich am Süßesten. Oh. Dann muss ich mich eigentlich in dein Herz bauen. Okay, ich baue kurz eins. Bett ist nicht so wichtig. Mäh. Letzte Runde nämlich, ich sag noch so zum Multi. Bau mal Bett zu. Ja, äh, nee, ich schreib's mal Chattern, sonst jemand machen. Zwei Minuten später, das Bett von Tim Gapfel abgebaut. Hm. Ja, dachte ich mir dann nur. Ja. Das ist so ein kleines Kind im Internet, was ja einfach nur ruft. Und dann ist das Video Ende. Ruft es wirklich ja? Ja. Ja. Das hört sich so an. Ja. Crack Kid. Sucht einfach mal Crack Kid. Na gut, Multi im Real Life. Siehst du das? Siehst du das? Das nennt sich kompetent. Das nennt sich auf weiß mal gehört. Ja. Multi hört auf weiß. So, super, dass sich natürlich zu dem Cupcake auch jemand gebaut hat. Das heißt, ich werde hier kein Profit aus diesem Cupcake schlagen. Das heißt, ich muss dieses Cupcake-Geschäft schließen und einen neuen Cupcake-Laden aufmachen. Ja. Dann gehe ich mal zu dem da hinten. So, hol dir auf jeden Fall eine Spitzlage, damit du was zum Verteidigen hast schon mal. Hm. Ja, dann auch noch vielen Dank an die Mithelfen, an Creepy, Essal und Hasenzahn. Die haben auch mitgeholfen bei der Map. Ja, genau. Da auch. Die haben sehr toll mitgeholfen. Ich danke euch. So. Apropos, ich habe hier ein kleines Easter Egg eingebaut, ne? Echt? Mhm. Oh, was macht das? Wenn du... So, Elf Silber. Kann man während... Nee, nee, kann man nicht. Wenn du was umbaust und dann die Lobby neu startet, ist das wieder so wie davor, ne? Genau, richtig. Okay. Ich werde das ja gleich mal zeigen. Okay. Okay, ich meine. So, Elf Silber. Brauchst du irgendwie Silber dringend für irgendwas? Ähm, ich schätze nicht schlecht. Schwert. Okay, erst mal eine Kiste. So, ich habe jetzt einfach zu viel von einem geholt. Warte mal. Dann hier hinter, verstaub mal eine Sache. Warte mal hier noch ein Silber für eine Truhe. Vier Silber habe ich noch, damit hole ich mir jetzt einen Goldapfel. So. Ja. Ja. Da ist ein Dubstack-Remix draus machen. So, zack, 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 zack. Ja, es kam jetzt viel Badwurst in letzter Zeit, aber ja, das ist euch gewünscht. Insbesondere kam eine neue Map raus, also... Und die Map macht irgendwie Spaß zum Spielen. Auch wenn sie hässlich ist. Oh, da kommt wer, da kommt wer, da kommt wer. Ja, da wird's. Der, der. Ja, ja, da kommt einer. Ja. Ja. Oh. 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 Ja. Lol. Bug. Zurückgeportet. Lol. Ja, der hat Blöcke abgebaut unter dir. Alter, ich hasse sowas. Der geht jetzt einfach nur zu uns, um unsere ganze Brücke abzubauen. Scheiß. Cracky Kid. Immer diese I-ja. Immer diese I-ja. Ja, GG. Ist das Spaß an, unsere Brücke abzubauen? Bisschen scheiße. Ich habe jetzt gerade eben beschlossen, wenn diese Runde vorbei ist, beziehungsweise diese Aufnahme, werde ich mir mein Texture Pack, beziehungsweise mein Sound Pack so einstellen, dass die Villager immer I-ja rufen. Das musst du mir aber dann schicken. Ja, das schick ich dir. Ja. Wo hast du unsere Chest, wo hast du hingestellt? Wollt ihr? Ähm, ich habe keine Chest geholt. Ich habe den Silber zugeworfen. Damit bin ich wohl runtergefallen. Dann, 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 mach Kamikaze und töte den. Ja. Ja. Oh mein Gott. Okay, Kamikaze, Kamikaze Multi. Okay. Du hast keine Equipment. Mach Kamikaze Multi. Ja, ja. Nein, ja, nein. Nein, ja, nein, ja. Mann, wieso kämpft er uns doch die ganze Zeit? Was hat er davon? Oh nein, da ist einer mit dem Bogen. GG. Oh Gott, GG, ja. Team Blau wurde zerstört. Ja, gut. Du blickst ihn wieder. Ja. Sicher. Ich hole uns mal kurz Silber, beziehungsweise ich versuch's mal zu Gold. Okay, nee, ich versuch's nicht zu Gold. Geht zu Silber zum linken Cupcake. Na, Cupcakes. Ja. Da sollte jetzt eigentlich wieder viel Silber sein. Da hat sich, oh nee, da hat sich jetzt ein Team auch mit dabei rüber. Aber trotzdem sollte er auch ein bisschen bad sein. So, ich geh mal zu dem einen Cupcake. Das sollte aber abgefarmt sein. So, Domjo ist jetzt tot komplett. Ja. Okay, ein Silber. Das ist natürlich worth. So, ich renne jetzt zu Team Grün. Die haben noch ein Bett. Das war dieser Dauercamper. Mhm. Ja. Ja. So, Goldapfel gephrased. Der hat mich noch nicht gesehen. Oder die. Nein, Junge. Nein, oder? Ja. Nee, eigentlich nur. Nein. Nein. Der schreibt auch noch XD. Ich höre, Twief, Twief, Twief. Nee. Nee. Ich will keinen Twief haben. Lügen darf man nicht sagen. Lügen darf man nicht sagen. Nee. 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 So, fünf Silber. Ich finde es cool, auf dieser Map hier wird Silber eher höher angerechnet als Gold, weil man an Silber leichter, also gar nicht so leicht rankommt wie an Gold. Ja, richtig, weil jetzt sich alle früher oder später auch da hinbauen. Also, auf jeden Fall ist es eine coole Map geworden. Also, die werde ich auch jetzt öfters spielen und eventuell aufnehmen. So, wie viel Silber ist hier? Vier Silber. Multi, kommen wir zum anderen Cupcake. Dann liegen vier Silber. Ich versuche wieder nochmal zu Team Grün. Ja, ich komme. Und noch ein Silber. Dann liegen jetzt im Cupcake fünf Silber. Boah. Also, Multi, wir sind hier die Silberbarone. Wir können uns so tolles Bling-Bling machen auf Silber. Auf Silber. Die Silber-Bling-Bling-Boys. Wir machen uns Piercings, die wir uns vorhin bauen. Hin-hin-bauen vor allem. Die wir uns irgendwo hinsetzen. Normalerweise kein Wieser kommt. Mist, die haben ihr Bett schön mit Kisten zugebaut. Ja. Ich habe trotzdem das Silber geklaut. Das sind acht Silber. Ich würde mal ganz stark sagen. Ja. Alle eile ein Ja in die Kommentare. Ja. 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 Wenn du genug Silberst, dann baue auch mal mit Kisten schön zu. Multi ist in schwarzen Wahrheit. Deswegen versteht ihr jetzt, wieso er die ganzen Aufgaben macht. Irgendwie so. Oh, Hashtag Rassist. Ja. Ey, da ist jemand im Cupcake. Und der hat einen Bogen. Toll. Und direkt oben drin. Und ich sterbe gleich. Und ich sterbe jetzt. Und ich sterbe jetzt. Und ich sterbe nicht. Und ich sterbe jetzt. Aber das werde ich erst mal klarstellen. Ich bin wirklich kein Licht schwarz. Ich sehe, dass ich irgendwie denkt hier, ne? Ist er. Aber der weiß, der ist eigentlich schwarz. Aber sag es keinem. Das darf nicht auf YouTube kommen. Nein, auf keinen Fall. Wenn das auf YouTube irgendeinem Video gesagt werden würde. Hm. Ein YouTuber mit 63.000 Abonnenten wird das in einem Video sagen. Scheiße. Ja. Ist er sicher? Ja. Bist du mir sicher? Mann! Ich kann nicht springen. Ich bin doch echt... So leid. Okay, okay. Ich beruhige mich. In meinem Soundpack einfach, wenn du auf den Boden fällst. Es klingt einfach, als würden so 5 Milliarden Kisten umfallen. Ja. 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 Echt? Ich bin die super. Nee. Nee. Findest du nicht super? Nee. Oh, man könnte ja richtig mies im Cupcake auf jemanden warten. Und wenn er kommt, könnte man ihn einfach umlegen, ohne dass er denkt, dass in diesem schönen, leckeren Cupcake jemand Böses sitzt. Das wäre böse. So. Das wäre... Das wäre... Wo bist du gerade? Das wäre zuckersüß. Ähm, auf dem Weg zu Grün, habe ich gerade beschlossen. Ich bin dann auf dem Weg. Warte, Ding 5, Silber. Ich bin auf dem Weg zu Blau gerade. Oh, die auch kein Bett mehr haben. Oh, dann... Gut, ich habe es mir anders überlegt. Die sind da recht gut equippt. Also, ich bin gerade auf dem Weg zu Blau, weil ich werde dir ein ganzes Bronze mitnehmen. Dann haben wir jetzt genug Bronze. Ja. Aber wenn wir Silbers in einem Cupcake... Hä? Ein Blauer lebt noch? Ach, scheiße. Das stimmt. Ein Blauer lebt noch. Ah, Kacke. Ja. Und da ist noch einer da oben. Die Geniale haben Sack hier. Ja, dafür hat es sich gelohnt. Oh, oh. Jetzt kommen die MLG-Jukes. Fuck, Mann! Ich hasse dich. Okay, okay, komm. Oh ja, das war dein cooles Texture-Pack. Ja, ja. Nämlich nicht so viel, wenn du Bronze im Moment hast. Bitte tu es in die Truhe. Also, überschüssig. Ich habe keine Bronze. Das sieht nur so aus. Das ist Schokolade. Mann, du hast doch 50 Bronze oder sowas im Moment. Hast du wirklich? Mann, ich brauche das. Ich warte ja auf jedes einzelne Bronze immer brauche. Welche kriegst du denn? Welche? Wir haben ja so viele. In die du da oben platziert hast. Hast auch eine? Du bist mir egal. Okay. Du bist voll der Unschuld. Sparsame. Na gut, also. Jetzt mal. Wenn man es hat. Ja. Ist denn soweit schon, Multi? Wir können unsere Gedanken lesen. Oh ja, zweitum ein Gedanke. Ja. Ja. Mann! Ich bin falsch um wieder. Einfach runter. Oh Mann. Wieso passiert mir sowas? Ich will das gar nicht. Multi, mach, dass es aufhört. Okay, okay. Hans-Tief, ein. Und wieder ausatmen. Gut. Wenn es jetzt nicht geht, bist du einfach dumm. Mach das noch dreimal und du kippst um. Ja, wenn ihr zu viel Luft atmet, dann wird einem schwindelig. Boah, weißt du das denn? Wer hat dir das denn beigebracht? Wie ist so etwas zu dieser Schule? Science-Tology sagt, ich müsste das machen. Also, irgendwie ist die Runde sehr passiv. Das hat nichts mit Devs zu tun. Er hat nicht mitbekommen, weil ich daher entlang gelaufen bin. Klug scheißer Spieler! Ja. Ja. Okay, ich bin jetzt Gold. Ich bin jetzt bei Gold. Mal gucken, wie viel Gold da liegt. Und? Ja. Vier Gold. Jemand kann sich gucken. Ja? Ja. Nein. Ach so, ich hab gehört, es war ein Gegner. Ich bin jetzt noch... Nein. Nein. Du musst dich mal ein bisschen beruhigen. Du denkst schon... Und du schiebst schon Paranoia, mein Freund. Multisival. Ja. Ja. Oh mein Gott. Man muss einen Counter einbauen, wie oft wir das Wort Ja schon gesagt haben, diese Aufnahme. Einfach bling, bling, bling. Oh Gott, der hat einen Bogen. Oh Gott, der hat einen Bogen. Aber er ist ein Noob. Ich hab jetzt auch einen Bogen. Er ist ein Bogenschützen Noob, ein Bogenschützen Noob. Du musst immer schön Silber fahren. Weiß Team Beste. Ja, die wissen, dass ich das bin. Ja. Lea, Landadler hat das Spiel verlassen. Wahrscheinlich war der bei Team Rot, weil da fehlt jetzt einer. Okay, langsam wird's kritisch. Okay, das ist der Punkt, wo der... Langsam wird's kritisch. Multisival geht zum Tor, Multisival geht zum Tor. Lenk ihn ab, lenkt diesen Player ab. Lenk diesen Player ab. Warte mal, geh in die Base, geh in die Base einfach. Ich bin jetzt bei dem. Ich hab richtig Lowlife. Oh Gott, oh Gott. Ich bin jetzt bei Groth. Ich bau dir ein Bett gleich ab. Ohne Schwert einfach, aber mit Bogen. Aber ne Schwert. Wenn er dann versucht, unsere Base zu kommen, dann... ...pinecrisst du überall ein. ...würde die geballte Ladung von Multis. Ja, pass auf, ich bin bei dir im Bett. Okay. Und, zack. Ai, 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 das tut mir mal leid. Yo, der hat einfach 17 Silber. Okay. Was ist bei dem falsch? Okay, einfach mal OP-Stuff. Ich hör mir jetzt einfach mal... Jetzt kommt er bestimmt bei uns. Ey, da fehlt ein Villager. Okay. Die Map kam gerade heute, das ist drauf. Anscheinend ist es ein Bug. Ja, da gab's einen Bug. Den konnte man nicht setzen. Ah, okay. Hier. Ja gut. So. Jetzt einfach mal versuchen. Und tschüss. Bam! Ich hab Player rausgehauen. Ich bin voll der geile Player. Ja. Ja. Okay, schaffst du es allein momentan? Da ist ein grüner. Da ist ein grüner. Oh Gott. Ich komm gerade zurück. Jo, ich bringe 15 Silber mit, Multi. Bist du in der Base? Gleich. In der Base, ich renne gerade die Cupcakes ab. Wenn ich schon draußen bin. Also alles sicher momentan bei dir? Uff, ja. Grün zieht sich zurück. Ich werde das mal kurz ein bisschen nachstoßen. Das Bett von Team Gelb wurde abgebaut. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Echt? Ich komm mit. Das war ein Spaß. Also das ist ja 28 Silber, 28 Silber hab ich dabei, Multi. Alter, richtiger Pole. Ja, ich hab das mitgenommen. Einmal gehen vorbei, wenn man es wie so im Tunnel, wenn man bei uns durchfährt, hat sich keine Reifen mehr. Gar nichts mehr dran. So, wo bist du? Ich hab 28 Silber. Junge, ich hab 28 Silber. Was noch wird dir Abfuhr gegönnt? Na, und bessere Spitzhacke. So, die sind oben in der Truhe. Cool, dann würde ich sagen, Ich hab auch ein bisschen übertrieben, Matsch Essen. Ein bisschen, ein bisschen, oder über 10 neuer Staub. Ich klau mal ein bisschen was. Ich hab sogar einen Bogen für dich. Oh Gott. Hinter dir. Vertraust du mir sowas an? Ich, 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 ich sorge halt um so nette Leute wie Multi. Oh, danke. So, zack. So, ich würd mal sagen, netter Stuff haben wir da am Stitzel. Ich wollte dir ja noch, ähm, mein wunderschönes Easter Egg zeigen. Ja? Kann ich dir ja zeigen, wenn du das nächste Mal stirbst. Ja. Warte, ich bin dir jetzt gerade... Dauert ja nicht lang. Ich bin jetzt auf dem Weg zu Team Grün. Mal gucken, ob ich da was... Nein! Gut, das ging aber schnell. Ja. Oh Mann, wieso? Ich hab gedacht, da wären Blöcke. Ich hab so... Ich hab das... Ich hab sogar zwei Goldäpfel dabei gehabt. Ich geh jetzt mit der Hand. Du bist nicht mal durch irgendwelche... Durch irgendwelche Storben. Okay, das ist wirklich nur weg. Und das ist jetzt schon vom fünften Mal passiert, oder sowas. Weil hier irgendein Spaß, die keine Blöcke hingesetzt hat. Ähm, ich weiß nicht, weil das war... Du bist ein Bastard, Multi. Wetten, das warst du? Ja, war ich auch. Aber da war vorhin noch einer. Gegen den musste ich, ähm, kämpfen. Dann machst du das... So, Team Grün, macht euch bereit. Vor der Hand, Bronze Power. Ach, bist du etwa Minecraft? Level 30, Bronze. Na komm, nein! Ich hätte fast noch Susi erwischt. Oh, ne Witz, Mann. Ich bin suizidgefährdet, Multi. Okay, komm, ich zeig dir mal kurz meinen... Komm mit. Hm, 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 ja, ja, ja. Warte. Nimm kurz. Mältchen Skin. Ah, oh, Licht. Oh, Multi-Dick mit. Oh, epic Easter Egg of Doom. Ich mach mal jetzt noch ein schönes Screen fürs Thumbnail, wenn ich grad schon am Raging bin. Oh, sieht da schön aus. So, ähm, so. Ich meinst Hand-Kamikaze wieder. Multi, du equipst dich OP-Hart. Mhm, 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 mhm. Und ich mach Hand-Kamikaze, okay? Mhm, 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 mhm. Aber die anderen sind auch lame. Die bleiben die ganze Zeit in ihrer Base. Mhm, 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 mhm. Oh, hier sind sogar Blöcke. Dankeschön, Multi. Gern geschehen. Ich muss doch auch für dich sorgen, mein Freund. Ja. 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 Hand-Kamikaze 2.0. So, ich muss die rauslocken. Wenn da jemand kommt, dann wird BAM. Die hatten einfach einen Goldapfel gegessen. Und rennen. Ja. Okay. Wir können auch einfach Germode 1 machen und drüberfliegen das Bett kaputt machen. Ich bin dafür. Ich kann nicht mehr sprinten. Alles wegen dir, Multi. Nein. Hier liegen... Und wie viel Eisen ist in dem Cupcake? Ui, neun Silber. Na gut, dann komm ich halt mit viel Silber zurück. Ich kann einfach nicht mehr sprinten. Ich gehe einfach ganz langsam vorbei. Und wie viel? Alter, ich komme mit 19 Silber, Multi. Außer das Vieh chaset mich jetzt down. Böser weiß. Multi, ich komme. Oh mein Gott. Der starke Kippt, richtig? Ja. Oh mein Gott. Boah, ich hasse es nicht sprinten zu können. Wie hat er das gemacht? Jetzt läuft er mit meinem Stuff weg. Ah, grün kommt zu uns. Oh okay, warte. Ich muss schnell essen. Ich werde jetzt gerade meine Yolo-Power weghauen, weil ich ja cool bin. Okay, auch ne... Ja, doch. Ja. Wenn ich falle, helfst du mit mir. Kommt da noch einer? Ne. Nein. Aber soll ich dich trocken? Nein. Nein. Da kommt keiner mehr. Okay. Jetzt zack. Oh. Oh ja. Oh. 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 Wie hieß denn nochmal, ähm, die Toilette? Warte mal. Stefanie? Ne, wie hieß es nochmal? Ben Lachsa. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich werde euch heute mal zeigen, wie ihr am besten eine Toilette reinigt. Was ist das? Ist das Seife? Wie er sich dann einfach den ganzen Finger in den Mund schiebt, die ganze Hand. Oh ja, das ist gut. Also das ist ein fähiger YouTuber. Da, ich tötete ihn jetzt. Der steht auch im Shop gerade, der sieht mich nicht. Ich werde ihn jetzt penetrieren. Lol. Oh. Yo, sein Stuff läuft bei dem. Oh Gott, Vincent hat Vincent getötet. Okay, ich hoffe. Alter, der hat einfach das Level 4 Schwert. Er hat einfach das Level 4 Schwert auch. Ey, man hat einfach einen richtig guten Bogen. Oder? Oh, was ist das? Ja, Level 3 Bogen. Kann man mit spielen, würde ich mal sagen. Kann man mit spielen. Learn to play, GG. Doch, ich komme jetzt wieder. Das ist der auch raus. Das wird eine richtig lange Aufnahme. Oh, ich muss sofort auf... Oh, das tut mir aber leid. Scheiße, Multi, die muss offline. Oh, das ist... Oh. Flash. Mir egal. Einfach mir egal. Ist mir egal. Okay, Multi, wir machen Equipments jetzt für den Final Rush und dann werden wir die penetrieren in der Base. Okay? Okay. Jeder nimmt drei Goldäpfel auch mit. Okay. Ich kaufe mir... Hat er überhaupt Silber? Gar kein Silber gehabt. Na, zwei Goldäpfel habe ich es heute auch reichen. So. Dann, ja, heute habe ich halt ein bisschen ein paar cooked Porkshops habe ich, aber nicht so viele. Drei Stacks nur circa. Ich tue den Rest in die andere Tour. Du kannst ja mal gucken, ob da irgendwelcher Stuff dabei ist, der dir eventuell gefallen würde. So. Ich habe noch eine bessere Spitzsacke, oder? Nee, kann ich gar nicht. Okay. Ich habe noch Schneegeld mit. So, ich bin fertig Equipment. Moment. So, ich gehe schon mal langsam voran. Du bist mir eh nicht von nützen. Die ist wirklich disconnected. Ha, super. Okay. Hm, egal. So, ich stehe jetzt vor deren Base. Kommst du, Multi? Ja. Ja. Oh, lol. Der ist nicht bei seinem Bett. Alter. Und er ist runtergeflogen mit seinem ganzen Stuff. Er hat gar nichts mehr. Komm, ey. Ich brauche dich sowieso nicht, Multi. Du wirst mir nicht vernutzen. Da kämpft er jetzt einfach, die Ratte. Der will mich direkt runterhauen. Klappt leider nicht so. Na komm. Das Baumprotekt schon auf. Ich habe Schneebälle. Lenk ihn ab. Achtung, der will zu unserem Bett. Mach den weg. Ich bin doch egal. So, Bett ist weg. Du kannst ihn töten. Alter, voll easy. GG. GG lernt, to play. Easy. Nächster. Weg. Tschüss. Oh, voll easy, alter Mann. Voll easy. Voll easy. Voll easy. Voll easy. Okay. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Eine sehr lange Runde. Trotzdem war es sehr schön. Wie ich an der O-Zeit sehe, werde ich sollten auf keinen Fall mal hochladen können. Also kommt das Video morgen. Also von gestern noch ein Video. Wir werden gleich auf keinen Fall bekommen. Leute, wir haben das Runde. Schauen wir auf jeden Fall über Multidoodle-Sack vorbei. Schlechte Videos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ja, ciao. Hallo.